Herzlich willkommen zum heutigen Adventskalender-Tipp. Grüß dich. Bernhard, du hast heute eine Schweizer Fahne mitgebracht. Genau, sie steht für unsere Volkskrankheit. Wir reden alle sehr gerne in diesem Konjunktiv in der Möglichkeitsform, also wäre, würde, hätte, möchte. Möchte ich begrüssen? Nein, ich begrüsse euch. Möchte ich dir Merci sagen? Nein, Merci vielmals. Das Buffet wäre eröffnet? Nein, das Buffet ist eröffnet. Und wie wäre denn, wie ist denn jetzt da dein Tipp? Ja, mein Tipp ist, seid konkreter, braucht ihr weniger, wäre, würde, möchte, hätte oder wirkt verbindlicher, konkreter und kompetenter. Das ist ein guter Tipp. In diesem Sinne, bleibt gesund. Und bis zum nächsten Adventskalender-Tipp. 1 1 2 1 2 2 Untertitelung des ZDF, 2020